Rückseite, so. Das ist doch... krank. Oh mein Gott! Geh auf! WTF, wie viele Türen gehen hier hinauf? Oh Gott. Oh Gott, ich bin in Sicherheit. Hier gehe ich nie wieder raus. Hier ist eine Werkzeugkiste, aber es ist nichts nützliches drin. Oh! Wie ein große Runde zugespitzter Hammer. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Wuuu, ich fick euer Lieben! Jupp, die behalte ich. Die behalte ich auf jeden Fall. Da sickert Blut unter denen. Die spinnt heraus. Ist da etwas drin? Ich würde die ansehen, aber ich bekomme die Türen nicht auf. Ah! Ist wohl besser so. Es wird wohl kaum etwas Gutes drin sein. Alter Scheiße. Okay. Wieder Gesundheit, Strings und getrunkenes Sonnfleisch. Wie an einem Ort wie diesem. Na, ich schätze an diesem dunklen und trocken. Nur eine der Flasche ist leer. Mein Flasche. Ich werde noch nicht gegen die Wand verzauern. So. Ups. zu kommen ob dort mehr manchen ist sogar bin ich hier mit schlau unterwegs oh meine fresse ah mann fick dich dieser weg ist ganz gruselig aber auch irgendwie beruhigend das beruhigen ist weg ich hab Angst weiter kommen ohne karte leute ohne karte ohne karte ohne karte Ich glaube, wir sind richtig, sonst würde ich nicht so viele große Feinde sein. Leute, wo sind wir und ich sage jetzt ganz ohne Scheiß. Wenn ich so ganz ehrlich bin. Ich habe diesen Raum nicht bestanden. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann nochmal hin, aber ich glaube, wir sind jetzt. Wenn ich hier irgendwie noches finde. Oh Gott! Danke! Das ist ein Flaschenzug, aber wie schalte ich ihn ein? Sieht aus wie in einem Ausschalter. Das könnte ein Tank sein. Er ist aber leer. Ach komm! Komm! Hau rein die Scheiße! Mhm. Das Loch ist voll mit Dreckwasser, so kann ich da nicht runter. Was für eine Maschine ist das? Sieht aus, als funktioniert sie nicht mehr. Oh Leute, das ist irgendwie komisch. Das Loch ist voll mit Dreck. Das Loch ist voll mit Dreck. Das Loch ist voll mit Dreck. Oh Mann. Ja, ich schreie und ich denke so hin. Bis dahinten 2 muss man immer dahin rennen, wo das Böse ist, ja? Und hier ist es so, du hast Schrei und alles ist verschlossen. Ich habe keine Karte. Was ist das denn überhaupt für ein... Oh, das würde mich viel mehr interessieren. Man kann die Situation... Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das legal gebaut ist. Das ist bestimmt illegal oder so. Ich habe so... gar keine Angst. Ich bin männlich. Ich habe niemals Angst. Aber wie nichtspeichung ist es verằgan, weil das nicht mehr zu entdeckt war. Oh Gott, DTF. GTF. GTF? questiW YTF... Ehm, ich würde sagen... ...Renn ** weite. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal in dieser Tür war. Den habe ich übersehen vorhin. Da ist doch eine Karte. Oh Gott. Unterführungskarte. Ja. Yes. Okay. Jetzt. Da haben wir auch eine Karte. Jetzt gehe ich da hoch. Links rein. Da sind wir auch eine Karte. Da ist es. Da ist es. Vielen Dank.